Ich bin Simon Steinemann, ich bin Geschäftsführer vom Igelzentrum Zürich. Das Igelzentrum Zürich setzt sich ein für sympathische Stacheltiere vor ihrer Haustür. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie begegnen an einem Abend an einem Igel und Sie wissen nicht, ob dieser krank oder verletzt ist. Dann können Sie uns anrufen und wir sagen Ihnen, was aus Sicht der Fachleute das Beste ist für dieses Tier. Sollte es nötig sein, nehmen wir einen kranken oder verletzten Igel auch auf, ihn gesund pflegen, die Finder kommen dann wieder erholen und bringen dann dorthin zurück, wo sie ihn gefunden haben. Daneben machen wir auch noch etwa 100 Veranstaltungen pro Jahr. Das meiste ist Umweltbildung, also etwa 80 Schulklassen und Kindergärten können wir das Igelzentrum pro Jahr besuchen. Uns gibt es seit 1998 und in mittelfristiger Zukunft sind wir auch auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Wir bräuchten etwa 250 Quadratmeter.